Ich möchte eine Bank, die so dickt und handelt wie ich selber. Und zwar überall. Egal ob in London am Shoppen oder zum Osten beim Kaffee trinken. Rund um den Globus, rund um die Tour. Ein, zwei Klicks per App oder online und alles ist erledigt. Ja, ja, immer schnell, schnell. Ist ja gut. Aber das Wichtigste für mich ist der persönliche Kontakt. Das vertrauliche Gespräch mit dem Berater. Mit meinem Berater. Er kennt mich, meine Geschichte und er kennt die Region. Die hohen Ansprüche, die ich als Unternehmer an mich und meine Leute hatte, habe ich auch an die Bank. Mein Vermögen gehört in gute Hände. Hey, mein? Oh, ist es? Nein, im Ernst. Gerade darum haben wir jetzt die perfekte Vorsorge und Erbschaftsplanung, um uns einfach zu treiben lassen und das Leben zu geniessen. Das wünschen wir uns doch alle. Eine Bank, die meine Sprache redet und mich versteht. Auf meiner Augenhöhe. Sei es für ein Eigenheim oder die Finanzplanung für den Familiennachwuchs. Meine Bank ist nahe bei mir. Herzlich und mit einem Feingefühl für meine Bedürfnisse. Aber sie wird auch selber aktiv und denkt mit. Siehst du, auch sie meldet sich schon und weiss, was sie will. Oh, ist ein Sonnenschein. Sie braucht eine Bank, die mit der Zeit geht und den Wandel mitmacht. Eine, die unkompliziert denkt und handelt. Egal, ob man viel oder wenig Geld hat. Eine Bank, ein Wort. Auch in Zukunft. Echte Werte und der Handschlag müssen da etwas zählen. Ich fühle mich wohl, wenn ich spüre, dass wir persönlich auf der gleichen Wellenlänge sind. Eben, einfach eine wie ich.